so willkommen auf dem neuen oh ich hab schon auf und heute spielen wir mal wie ihr hier sehen könnt roblox wir machen die grafik hier ein bisschen runter wir kaufen uns auch direkt mal die garage würde ich sagen kaufverband was sein soll kaufen wir auch am ihnen ja natürlich brauchen wir einen kamin da und sitze auch bei mani das können wir uns holen können uns auch mal holen und jetzt habe ich kein geld mehr perfekt aber wenn du auch verein war krass hier sind noch so andere leute normalerweise 2700 habe ich jetzt kann man hier durch nicht mit ihr erst mal zu n n bei geraden dort ach so man hat zwei man hat anscheinend zwei so recht türen gehen auch natürlich automatisch auf so wie im echten leben zwei garagentore ich spare noch mal kurz und dann sehen wir uns gleich wieder so jetzt habe ich ein bisschen mehr geld kaufen wir uns einmal ist und die dekoration natürlich und natürlich fehlt auch noch das licht brauchen wir auch dann können wir uns hier gleich die küche holen für 5.000 so zack sind noch nicht mal die küche ist noch nicht mal die küche kann man sich hier irgendwo in fahrt ja hier machen wir jetzt bahn so dann fahren wir mal mit naja alles ist fertig ziemlich gut ok was ist hier keine ahnung ist auch egal ach so ich bin auf einer anderen map ah man kann das hier sogar kaputt fahren das ist ja cool dass man was kaputt fahren kann so nochmal kurz unterwegs hier kaufen wir uns jetzt mal schränke der ofen kaufen wir 15.000 ok dann sparen wir darauf kurz ja dann sparen wir darauf das ganze mais habe ich meine taschen aber also am handy leute ich bin am handy ich mach mal kurz den kart da bin ich ja auch mal direkt den ofen den kühlschrank kaufen wir uns auch weil der gibt uns auch kohle da ist gerade tag geworden und scheint ist ja gut eine runde mit dem auto zu fahren ich will jetzt mal echt kurz was ich will jetzt mal gucken oh also hier sind ja so leute die hier bauen aber wo kann man hier hinfahren also hier gibt es ja wirklich eine autobahn irgendwo hier muss ja auch mein anderem zeug sein wir gucken mal kurz mit diesem 70 kmh auto was ja kein führerschein für so lahm wie der pink fährt also schaffe ich es hier rüber naja also da ist ein kleiner booster drin so tatsächlich hier ist mein dings irgendwie was ist hier ach meine pizza nee das ist gar nicht mehr doch das ist echt meine wow jetzt bin ich hier umsonst in gefahren warte mal kann man das hier auch ach jetzt habe ich mir das kauft wow jetzt grün naja dann fahren wir mal wieder rein so gucken wir mal Kühlschrank so kommen wir uns hier noch mehr Schränke äh Küchen ähm Insel kaufen wir uns ok jetzt haben wir mal wieder kein Geld wie auch immer also man hat mich ja echt immer kein Geld so müssen wir einen Esstisch erstmal holen würde ich sorge in den Esstisch ist wirklich geil ähm was ist das hier eigentlich zu stehen Moins Werner Klatschen Applaus Applaus für deine Worte nicht einverstanden Beugung ja oh yeah wow 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 ganz viele Muskeln Spring und Welle Spring Spum 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 Punkt was ist denn ein Punkt groß Achselzucken Tee Pose Hänse Lufthans oh 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 yeah ich mach eine Y Pause oh eine Welle wow also das ist die neueste Welle wollen sie auch die Welle machen dann machen sie einfach diesen hier aufennö döner die 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 Ok, kaufen wir uns erstmal den Esstisch und auch noch die Couch. So, dann Fernseher und TV-Dingsbums kaufen. Easy. Und jetzt wieder. Ok. Ah, ne, wir können noch weiter machen. Samba. Okay, also es ist eigentlich ganz nice, ein Affentanz. Oh yeah, das ist der Affentanz. Naja, das ist ein bisschen cringe. Aber egal. Also, wer diesen Tanz nicht kennt, keine Ahnung. Shasha. Was ist denn Shasha? Oh, ich bin eine Ballerina. Huiiii. Und um die Stadt. Das mache ich gern. Und du bist besonders fern. Oh, scha. Ja. Dann kaufen wir uns hier gleich dieses Kackflur. Flur, meine ich. Ah, da wollen wir noch mal ein bisschen empissen gehen. Boah. Kann man hier irgendwo spülen? Oh, du. Also, in meinem Spiel gibt es tatsächlich echt eine echte, ähm... Blödsinn, ne? Also, die funktioniert auch. Da kommt dann so das Urin hoch. Und, ähm, wenn man dann spült hier, also irgendwo gibt es hier so einen Spielknopf von bei mir, dann geht das auch wieder runter. Aber gibt es hier anscheinend nicht. Wenn ich jetzt hier drauf sitze, passiert nichts. Perfekt. Ja, dann gehen wir hier einfach wieder raus. Ähm, ich habe mein Geschäft erledigt. So, wir kaufen uns das nächste Dings hier. Ja, ich sehe schon, es wird ziemlich teuer. Dann kaufen wir hier erstmal die ersten Wände, damit wir hier überhaupt wohnen können. Also, ich weiß nicht, wie groß es wird. Es sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Groß aus, weswegen ich hier nicht einen ganzen Teil daraus machen kann, sondern... Ja, zwei Teile kommen wir einfach an diesem, ähm, etwas. Wir können mal kurz beim Fortschritt gucken. Ja, wir haben es fast zur Hälfte fertig. Wir haben alle drei Sachen abgeschlossen. Ein Studio-Apartment. So, Kur-Bahn-Haus. Ähm, keine Ahnung. Sein soll, ist auch ganz egal. Höse, dann habe ich ein 11.000. Nice. Wir kaufen uns diese ganzen Wände. Ich kaufe gerne Wände. Und das kostet zu viel. Also, wenn ich 6.000 Euro für eine Wand holen müsste, in echt. Oder? Also, bitte. Oder ein Badezimmer für... Ja, okay, das kann man verstehen. Aber ein Geländer für 3.000, oder? Wer kauft sich sowas? Also, nur Millionäre. Ich bin leider kein Millionär. Ja, vielleicht werde ich ja einer. Nein, gucken. Aber ich bin trotzdem keiner. Ja, gut, dann, wir kaufen uns Geländer. So. Äh, ein... Ah, ein... Kaufeband. Ach so, das ist gar kein Badezimmer, sondern diese Kackwände werden wieder... Ich habe gerade... Ich habe gerade Hallus, oder war da gerade jemand? Egal. Das sind hier diese Wände, die hier... Ihr seht es einfach selbst hier. Sag, wow, jetzt sind die grau... Äh, sag mir jetzt nicht, ich muss das hier auch kaufen. Ja, also, mein Leben besteht einfach darin... Äh, äh, äh... Äh... Äh, wenigstens eine Türplatte hier. Ja. Geh mir jetzt mal hoch. Tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip, aber warum bin ich jetzt bei Star Wars? Äh, Bad Room, also hier ein Schlafzimmer bauen wir hier, okay. Ein Schlafzimmer will ich gerne bauen, aber das gibt es hier. Äh, Wände. Warum ist das hier eigentlich auf Englisch? Und das auf Deutsch? Hm. Haben die Entwickler irgendwas Falsches gemacht? Dekorationen. Also, wer, wer... Jetzt mal wirklich. Welcher Mensch kauft sich für 6.500... Äh, Dekorationen? Also, nur über meine Leiche. Bei mir, äh, im Haus oder Wohnung wird definitiv keine Pflanze stehen. Das kann ich ja jetzt schon sagen. Ähm, so, dann macht mich immer... Äh, zack. Ja, wow. Diese drei Sachen kosten ja auch insgesamt 6.500 Euro, ne? Wetten kaufen. Ähm, also, ich weiß nicht, ob es Betten kaufen bedeutet oder Betten kaufen. Also, ich kann gerne Betten kaufen, aber ich denke mal, die meinen damit Betten kaufen. Ja, also, ich kaufe dann gerne auch immer Wetten. Mach ich auch immer. So, da... Du, 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 du. Äh. Hier bin ich. Hallo? Betten kaufen, das mache ich gern. Und dann gehe ich... zu den Sternen. Ach, keine Ahnung, Leute. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn ihr euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und ein Kommentar da. Oder außerdem auf meine Suche selber. Vorbei, da ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wie noch weitere Links. Und einfach mache. Vorbei. Jetzt habt noch einen schönen Tag. Und dann mit euer Sandro. Ciao, ciao. Outro 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 1962